Ich hätte jetzt alles zum Kochen. Ich habe einen Kochtopf, ich habe einen Gasofen. Was? Streichhölzer? Den brauchen wir nicht. Doch. Nein. Musst du den Gasofen mal ankriegen oder nicht? Der geht von alleine an. Ja. Noch einen Rucksack. Der stomach rubbelt finally. Hör doch mal auf. Also, du sollst weiter rennen, nicht aufhören. Was das da vorne ist, ist ein bisschen Kam... Kamu... Kamishoro. Hinter mir ist keiner. Da steht ein Bus. Ich hoffe, ich werde etwas zu trinken und zu essen. Ich möchte deine Haufen ja nicht schmälern, aber... Kann man ehrlich sehen, wie viele Uhrs hier auf dem Server sind? Nö. Nö. Das ist aber, glaube ich, nur in der Server-Auswahl, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist blöd. Aber hier in Kamishobo gibt es... ...Police-Station. So. Dann hau ich mich mal gleich ins erste Häuschen rein. Was haben wir denn hier? Ne Axt! Ich fasset nicht. Eine Waffe. Endlich. Ich will etwas trinken. Bitte schön, eine Pipsi. Guck mal hier noch. Portable Gas, Daufe, das bin ich nicht. Ab ins nächste. Pfeiler. Alter, was ist denn hier kaputt? Hier sind tausende von Büchern. Du hast die Bibliothek gefunden. Ja, die liegen ineinander, die Bücher. Die sind am rum... ...dingen. Gelitschen. Ja. Das steht eins... Also, es steht aufrecht auf dem Boden. Cool. Oh, was ist das? Oh, Spaghetti. Open. 94% noch. Mhm. Der Screwdriver. Mhm. Ich glaube, ich nehme den Screwdriver mit. Was ist denn das? Eine Plastiktüte liegt da auf dem Boden. Also, das ist bestimmt... ...Dünger. Ganz bestimmt. Gardenleim. Mhm. Hast du jetzt noch die Dose in der Hand? Da liegt ein Rucksack mit auf der Straße. Warum liegt da ein Rucksack? Und warum ist der leer? Vielleicht ist... Nee. Wenn jemand gestorben wäre, würde der gleiche da liegen. Naja, jetzt liegt mein Rucksack hier. Aber jetzt kann ich auch den Screwdriver dann mitnehmen, der da lag. Falls ich mal wieder eine Dose finde. Ja. Ganz toll. Dem habe ich dann vermutlich mehr Glück. Ah, ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet. Hm. Oh, ein Bolzen. Jo, das ist die Stadt. Dann laufen wir mal noch ein Stück weiter. Dann bin ich so weit süd... östlich, äh, südwestlich wie noch nie. Okay. In, äh... ... in, äh... ... über Komarowu. Zombie? Ach, da, wo hinten bist du. Mhm. Ich zücke mal meine Axt. Er ist immer noch hungrig und durstig. Oh, was ist das? Schuhe. Äh... ... die gleichen, die ich habe. My stomach grumbles, ja. Es ist okay, ich versuche hier was zu finden. Eine Zucchini. Du bist so ein Glückskind, weißt du das? Eat all. Ich hätte alles da zum Kochen. Einen Scheißofen. Einen Scheißtopf. Einen Scheißtopf. Und Scheißgas. Nur was, Scheiß zu fressen habe ich nicht. Scheiß zu fressen, naja. Ja, wer es mag. Im Notfall könnte man das... Ja gut, aber im absoluten Notfall, ne? Was ist man bereit, im absoluten Notfall zu tun? Äh, man nicht meine eigene Scheiße fressen. Was war das denn jetzt gerade? Du wirst doch nicht deine eigene Scheiße fressen, oder? So sicher bin ich mir da nicht. Ja, wenn es darauf ankommt. Nee, also das wäre... Nee. Ja, das kostet Überwindung, da gebe ich dir recht, aber... Ich würde sowieso direkt alles wieder auskotzen, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn die gekocht ist... Vielleicht ist es dann besser, warum... Dominik! Alle Türen auf, ey. Ja, ich verzweifle so langsam hier mit meinem Charakter. Ich verzweifle so langsam an dir! Ist das ein Brunnen? Was ist das denn? Ach, das sind nur Pants. Ich hab hier, ähm... Wie hießen die? Winter Hunter Pants gefunden. Die sehen aus wie meine Snowboardhose. So, eine Ortschaft. Mal hier. Ein Sichel. Dann bleib ich... Ach, das Baum, der hier drin ist. Ähm, ich wär mal... Für'n Jäckchen oder sowas. Das fände ich mal ganz gut. Ich hätte gern was zu essen. Ich laufe hier nur im Unterhemd-Drohen. Ich müsste ja mein... Dings zerreißen. Was liegt hier? Eine Head... Head Torch. Eine Kopflampe. Lampe. Was haben wir hier? Cavus, Pants, Short. Violetten. Nee, danke. Oh. Ein größerer Rucksack. Bam! Ein Helm. Möchte Karten zum Egerhört? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine Machete. Auch interessant. Ein grüner Helm. Da bleib ich bei meinem blauen. Dein Buch. Ich hab mich im Dorf verlaufen. Nee. Doch. Ich weiß nicht mehr, woher ich kam und woher ich nicht gehen will. Ah, da liegt ein Zombie. Okay, das... Okay, dann weiß ich, wo ich bin. Denk ich. So. 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 Jetzt gleich bei dem Polizeiding. Oh, da ist eine Polizeistation. Aber die Tür ist offen. Mal wieder. Mal gucken, wer mehr Glück hat. Bei mir sind hier aber auch alle Türen offen. Aber... Wow. Hier liegt noch, glaube ich, genau dasselbe Zeug drin wie vorhin. Den nehmen wir mal mit. Schlagring. Noch ein Bolzen. Ne, das ist ein... Dings. Dings. Boom. Ein Dings. Boom. Hehehehe. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Kondom. Ein Ganzkörperkondom. Das ist ein... IV-Starter-Kit. Achso. So. Jetzt hier mal ab in... Inse... You know... What I mean. You know what. Tja. Meine Ausbeute ist... Gleich Null. Okay, ich bin noch dran. Wann werden hier so viele Leute gekickt? Sind aber immer gleichbleibend so fünf oder sechs Leute da, ne? Ja, ja. Da haben wir Schuhe, Schuhe, Schuhe. Taschenlampe. Da liegt irgendwas Schwarzes. Ach, Munition. Nehmen wir mal mit. Also was ich so an Ausrüstung finde, kann ich mich nicht beschweren. Alles andere ist scheiße. Was haben wir hier? Bücher... Schulranzen. Nichts besonderes. Ich fass es nicht. Was? 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 Was hast du gefunden, ne? Ein... Ein... Bleib stehen! Wildschwein, bleib stehen! Ne, ne? Doch, uns rennt weg! Ich komm nicht nach! Gott ist so schnell! Ach, Mann! Da geht mein Speck! Ach, nee! Ich hab ne Polizeiuniform-Jacket gefunden! Ich hab ein Wildschwein gefunden und es ist weggelaufen! Mein Speck ist... Sei froh, dass es dich nicht angegriffen hat! Mein Speck ist... Das wär mir egal gewesen! Mein Speck ist weg! Mein Speck ist weg! Ich hab noch genug Speck! Auf vorne kommt ein Zombie! Was ist denn hier kaputt? Hier liegt auch wieder alles rum! Büchers! Was ist das da? Warte mit dem Gas da auf! Das Neue Testament! Yo! Ich hab nix besseres zu tun, als ein Buch zu lesen! Ja! In nem Spiel! Was ist das? Blatt-Test geht! Nimm er mal mit! Na, Mannschwein! Ach je... Ich wollte es doch essen! Warum? Nein! Ich hab nen Ofen dabei! Ich hätt's gekocht! Einfach so rein! Komplett! Naja, ich hab... ... genug Werkzeug da! Ich hab nen Schlagstock da! Und ich hab ne... ... Rohrzange da! Und ich hab... ... ... ... ... ... ... Schraubendreher! ... 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 Müll! ... ... ... ... ... Handschuhe Nicht Ich brauch mal was zu trinken und so Jo, ich auch Aber die könnten mal die ganzen Scheiß Dinger Ich weiß genau, was du meinst Ah, die ganzen Scheiß knicklich Da könnten sie mal alle durch irgendwelche Essen, Trinken, Sachen austauschen Dann wär ich fett Aber nicht hungrig und nicht durstig Das ist richtig Ich hab grad eine ganze Büchse Sardinen gefressen Ich bin immer noch hungrig und durstig Das ist aber Pech Ja Du hast zumindest was zum Fressen Okay, ich bin orange hungrig Ich bin gelb hungrig Aber ich bin gleich schon wieder im nächsten Örtchen Wo läufst du immer weiter noch? Nach Westen, oder? Ja, ich komme jetzt in Kamenka an Okay Ah, ich... Ich... Ich, überstehku Ich bin Ich bin Ich bin